Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalbsrouladen mit Spinatfüllung und Rosmarinsauce. Zartes Kalbfleisch, gefüllt mit einer würzig abgeschmeckten Spinatfüllung und zu einer Roulade gerollt, eignet sich bestens für das österliche Festtagsmahl. Ein Nachkochen der Kalbsrouladen mit Spinatfüllung und Rosmarinsauce lohnt sich einfach und ist ohne viel Aufwand nachgekocht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Kalbsrouladen 8 sehr dünn geschnittene Kalbsschnitzel a ca. 80 g. 30 g Butter zum Anbraten Spinatfüllung 300 g Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 30 g Butter 200 g frischer oder TK Blattspinat 1 Esslöffel Kapernbeeren Halbe BD frischer Majoran Halbe bunt frisches Basilikum Frisch gemahlene Muskatnuss, je nach Geschmack Soße 400 ml Kalbs, Rinder, Hühner oder Gemüsefond, notfalls 1 Würfel Brühe und Wasser 1,8 l gute, trockener Weißwein, z.B. ein grüner Feldliner oder Muskatella 2 Knoblauchzehen 2 Knoblauchzehen 4 frische Rosmarinzweige 60 g eiskalte Butter Weitere Zutaten Salz Frisch gemahlener Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt Messer Schneidebrett Topf Küchensieb Schüssel Frischhaltefolie Plattiereisen Küchenpapier Pfanne Pfannenwänder Pfanne mit Deckel Küchengarn Feinsieb Schneebesen Zubereitung Vorbereitung Die Kalbschnitzel von Haut und Sehnen befreien, siehe auch parieren. Die Fleischabschnitte nicht wegwerfen, sondern für die Soße beiseite stellen. Das Basilikum und den Majoran waschen, gut trocken schütteln und fein hacken. Den Rosmarin waschen und gut trocken schütteln. Die Zwiebeln und den Knoblauch pellen und fein hacken. Den Spinat waschen und putzen. Die Kapernbeeren gut abtropfen lassen und fein hacken. Spinatfüllung Reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Den Spinat zugeben und etwa eine Minute blanchieren. Das Blatt Gemüse abgießen und sofort in Eiswasser abschrecken. Den Spinat gut mit Küchenpapier trocken tupfen und beiseite stellen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel sowie den Knoblauch darin goldgelb andünsten. Den gehackten Basilikum, den Majoran und die Kapern unterrühren, die Masse abkühlen lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Kalbsrouladen Die Schnitzel waschen und mit Küchenpapier gut trocken tupfen. Küchenfolie ausbreiten und mit Olivenöl dünn ausstreichen. Die Schnitzel auf die eine Hälfte der Folie legen und die restliche Folie darüber klappen. Das Fleisch mit dem Platiereisen relativ vorsichtig in ca. 4-5 mm dicke Schnitzel platieren. Die Schnitzel auf beiden Seiten mit Pfeffer und Salz würzen. Jedes Schnitzel mit den Spinatblättern belegen. Darauf die gedünsteten Zwiebeln verteilen. Die Schnitzel zu festen Rouladen rollen und mit Küchengarn fixieren. Eine große Pfanne erhitzen und die Butter darin schmelzen lassen. Die Rouladen rundum bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten. Dann aus der Pfanne heben und beiseite stellen. Soße